Hallo und Herzlich Willkommen bei der Microsoft System 4, 7.4, oh Gott. Ich mache hier ein kurzes Info-Video und wollte sagen, dass ich nichts mehr aufnehme mit dem Headset, weil der Mikro-Kovalität ziemlich scheiße ist. Ich habe das schon einige Zeit jetzt so weiter gemacht mit dem Mikro und dachte, ich kann es noch irgendwie fix nehmen am Ende wieder, aber langsam kann ich es selber nicht mehr anhören. Deshalb habe ich ein Headset bestellt und es müsste eigentlich diese Woche kommen, wenn nicht nächste Woche Montag. Und dann werde ich weiter aufnehmen mit Skyrim und Amnesia. Ja, das ist mein Plan. Und ich hatte eh schon so lange Pause mit dem Horrorspiel Amnesia, ich habe keine Pause, aber ich mache den noch weiter. Was ich noch dazu sagen will ist, ja, ich lebe. Und das war eigentlich der Grund, weshalb ich dieses Info-Video mache. Was ich noch eigentlich ganz kurz sagen kann, ich habe in LOL, ja also Lady of Legends, ein Chat, wo auch ihr joinen könnt. Heißt Nakazato74, wie mein YouTube-Channel. Und da join ich ab und eigentlich bin ich immer da, wenn ich in Legend of Legends bin. Und kann mit dann, wenn da Leute drin sind, mit euch spielen, haben schon einigen, zwei, drei Leute gesagt, ob ich so einen Chat erstellen kann. Weil dann könnt ihr, wenn ich mal nicht da bin, zusammenspielen, oder ich kann euch mit euch zusammenspielen. In der Beschreibung schreibe ich das alles mal nochmal kurz hin. So, wenn wieder was Neues gibt, dann mache ich wieder ein neues Video. Hier, ich hoffe, ich habe ich, ah, ich bin da einfach. Man sieht sich, tschüss.